Ankunft Kneipe Ärgerlich Bereit Bleiben Sie bitte sitzen, weil wir in 10 Minuten landen. Bleiben Sie bitte sitzen, weil wir gleich landen. Bleiben Schaltet der Pilot seine elektronischen Geräte auch aus? Pilot Bleiben Sie bitte sitzen, beeilen, bleiben. Du solltest dein Handy ausschalten. Du solltest dein Handy ausschalten. Du solltest deinen Laptop ausschalten. Bleiben Sie sitzen, bis wir landen. Schalten Sie bitte alle elektronischen Geräte aus. Wie viele elektronische Geräte hast du im Rucksack? Untertitelung. BR 2018 Ich freue mich auf Unankunft in Paris. 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 Wir besitzen keine Reisetaschen aus Leder. Ich freue mich auf Unankunft in Paris. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Reisetasche ist Nicht Aus Gold Oder Untertitelung des ZDF, 2020 Campingplatz Informieren Besitzen Ankunft Wenn Sie die Sachen kaufen, entschädigen wir sie. Entschuldigen! Entschädigen! Wir können nicht campen gehen, da wir kein Zelt haben. Aber wir haben keine Unterwäsche jetzt. Keine Kleine Keine Ich kann ohne meinen Laptop nicht arbeiten. Ich kann ohne meinen Laptop nicht arbeiten. Wir informieren Sie, wenn wir etwas herausfinden. Entschädigt mich die Fluggesellschaft? Entschädigt mich die Fluggesellschaft? Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Dein Ladegerät nicht Handtasche Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Ich habe jetzt kein Wörterbuch, da es im Koffer ist. Entweder Kneipe Ankunft Bereit Wir steigen am Hauptbahnhof um. Steigen Wenn die S-Bahn vor dem Rathaus hält, steigen wir um. Wenn die S-Bahn vor dem Rathaus hält, steigen wir um. Um Um Am Um Um Wo steigen wir um? Du kannst dich entweder beschweren oder nichts sagen. Oder Opa Oder Der Hauptbahnhof ist nicht weit weg. ... ... Wenn die S-Bahn-K titled ... ... ... ... Wir können entweder Pizza oder ein Sandwich essen. Bis zum nächsten Mal. Der Hauptbahnhof ist nicht weg. Ist es möglich, zu Fuß zur Haltestelle zu gehen? Ist es möglich, zu Fuß zur Haltestelle zu gehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Campingplatz Bürste Rechtzeitig Ärgerlich Sorry, so ein Pech. Bein. Ein. Du kannst entweder im Lokal essen oder hungrig bleiben. Wow, so ein Pech. Ein. Wer hat Ihnen das Zimmer reserviert? So ein Pech, oder? Bein. Ein. So ein Pech, oder? Bein. Ein. Bein. Ein. 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 Es macht Spaß. Zu selten. In der Nähe vom Hotel ist ein Campingplatz. Es macht Spaß zu zelten. Wir können entweder im Lokal oder im Café essen. Wir können entweder hier zelten oder nach Hause gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Die Ankunft ist... Vielen Dank. ... haben... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 In der Nähe Hotel Campingplatz Untertitelung des ZDF, 2020 In der Nähe Hotel Campingplatz Untertitelung des ZDF, 2020 In der Nähe Hotel Campingplatz Untertitelung des ZDF, 2020 Sie 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 Ein Haben Sie Gehen Sie 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 Vielen Dank. Vielen Dank.